hallo und willkommen zurück bei raft der first chapter schon jedes essen die ernte das mal nicht dass wieder irgendwelche zügel dann nachher kommen werden wir auf der insel sind ja ich pflanze jetzt nichts neues dass wir dann weiterfahren können dann gelbe blume braucht keine rote blume weiße blume braucht ach so genau ich mag jetzt erstmal was machen jetzt ich glaube ich habe das dahinter wo hier ja das ging ja was damit ohne noch etwas melone da ist die kiste oder bisschen was drin ist ja schön gut dann hier noch dieses bäumchen und dann muss noch an land wartest wahrscheinlich schon alles also alles geschaut weil ich war jetzt nicht drauf naja also ich habe alle bäume mitgenommen die kiste oben das könnte man unter wasser halt noch schauen ob man vielleicht noch ein bisschen schrott ist was findet ich traue dem frieden nicht ich gehe mal kurz ins wasser vielleicht ja also ich glaube wir können den anker lichten hier gibt es wahrscheinlich bleibt nicht den anker lichten ich bin gerade am wasser ich habe den anker wieder an er liegt lol er ist auf ok kannst wieder raushauen jetzt liegt der auf dem fluss so was habe ich denn eigentlich dabei wie war das jetzt scharniere kommt wieder rein unten unten ja die ist unten So, das sind die Summonen, die kommen da rein, oh yeah, oh was war das jetzt? Netzkanister. Oh, wie hast du das jetzt rausgefunden? Boom, 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 boom. Äh, wir werden angegriffen! Weg! Dammte Axt. Da brauche ich ein bisschen Holz und... Gut, äh, dann brauchen wir auch langsam mal eine Wiese, ne? Ja. Ähm, jetzt, äh, zuerst. Ich brauche mal ganz kurz ein bisschen Holz, um unseren Fluss zu reparieren. Oh Gott. Da. Danke dir. Und dann. Scheiße, jetzt hab ich kein Plastik. Gut. Das hier rein, das hier rein, das hier rein, das hier rein. Water, water, leer. Scheiße. Wir müssen nach rechts her breiter werden. Also hier, da hinten müssen wir noch... Das haben wir. Eins, zwei, drei, vier Reihen breiter werden. Ach du Kacke. Was? Was? Vier rein. Mindestens eins, aber mindestens zwei oder drei. Was möchtest du machen? Hm. Hier breiter werden. Um was bauen zu können, oder? Noch ne, noch ne Treppe, äh, noch ne Leiter hier. Also das es eins zu eins ausschaut wie hier. Dass wir hier dann nochmal so ne Treppe haben auf der anderen Seite. Oh, komm. Oh, komm. So. Die Nest. Ähm. Da bestimmt, oder? Ja, genau. Ein Stein und ein Seil. Oh, wir können die Steine gebrauchen. What? What? Jo. Ah, Moment, Schmutz ist auch hier unten. Schmutz war auch noch... Oh, das ist ne Insel. Ne, Moment, das war die Insel, wo wir grad waren. Ich glaub, das war die Insel, wo wir grad waren, ja. Drei. Vier. Und vier Seils da oben. Eins, Zwei, Drei, Vier. Hoffentlich ist Kunststoff. Kann ich den Plastikhaken eigentlich wegschmeißen, den benutzt doch kein Mensch mehr von uns, oder? Hm, lass mal drin, je nachdem, ob mal Eisen ausgeht oder so. Okay. Ey, wollen wir die Wiese auch hier oben bauen? Schon, oder? Hm, wo dann? Oder lieber unten. Also, das ist so ein Quadrat. Groß, du kannst es ja so ein bisschen hier rechts machen, dass man hier noch lang gehen kann. Ja, genau. Ich überleg grad, ob ich halt hier so einen Gang lasse und dann... Oder... Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass, wie der Glück sagt, jetzt acht so Baumgewächshäuser hinbauen? Aber generell ist das ja keine blöde Idee da einfach, die Bäume immer schon wachsen zu lassen. Ja, die Bäume sind immer gut, ja, das stimmt. Haben wir noch so Baumbringer? Nee, also ich müsste erst welche kraften. Warte mal hier dann noch... Warte mal hier in Gang lässt. Dann hier auf der anderen Seite nochmal die vier... Dann hier nochmal freilassen. Äh... Bauen wir hier eigentlich noch weiter? Ja. Da bauen wir weiter, ja. Ach, ich baue einfach mal hier die scheiß Wiese hin und dann... Also... Wottern wir das mal? Ah ja, das ist ne gute Idee, mal das Bett runterbringen. Ja, das steht da oben so blöd. Genau wie das Radio, das könnte man da auch runterbringen. Das Segel ist die Frage, soll das da so stehen bleiben? Ist das die Wiese? Jupp. Lol. Riesig. Hoppala. Wo ist er denn? Hab ich schon. Ich hab mich noch erwischt. Juhu! Ähm... Ja, wir sollten das Segel vielleicht mal einholen. So. Blatt. Blanke. Zehn Blatt! Wow, krass, okay. Eins, zwei, drei... Oh, ich hatte da... Ja, gut. Egal. Zehn. Vier Kunststoff. Vier Kunststoff. Drei Nägel. Geil. Und Holz. Holzi. Holzi. Ja, mehr Holz bräuchten wir schon noch, wär schon ganz geil. Hast du noch ein bisschen Holz für mich? Genauer gesagt, ähm... Bis... 18... 16 habe ich maximal. Ich bräuchte noch... 5. Wenn's ginge. Ist das eine neue Insel? Ja, oder? Wenn das irgendwie so ein fettes... Ah ja. Ja, ist eine neue Insel. Hast du 5 Holz für mich? Ja, dann... Danke dir. Ja. Hm... So, zum schmelzen haben wir jetzt gerade gar nix. Die Ziegel brauchen wir aktuell eigentlich nicht. Lass es mal kurz an. Bisschen Schmodder, aber brauchen wir eigentlich auch nicht. Oh, ich habe Durst und Hunger. Anker wird geworfen. Ich gehe mal kurz auf die Unsen. Ja, schau mal, was es da so gibt. Da drüben ist mal ein Baum. Das ist sehr gut, ich muss jetzt was essen. Oh, noch mal ein Baum. Ja, ich denke mal, die kleinen Inseln bringen nicht viel eigentlich, aber bisschen Holz übrigens. Huch, jetzt habe ich auch fast mir irgendeine Taste gedrückt. Du weißt auch nicht mehr zufällig, welche Taste man da drücken musste, damit man rechts oben nicht mehr die FPS-Anzeige und was weiß ich. Oh, ne, keine Ahnung. Das weiß ich leider nicht mehr. Oh, ne, oh Gott, das ist Punkt. Ne, das ist Third Person. Nein, dasICHT auch. Ich kann nicht ja nur ausgesehen und hier drauf gekommen. naheliegend ja ich habe gerade da hinten nervensäge ehrlich der immer an dem punkt wo ich am weitesten weg bin greift er an was hätten sie das irgendwie extra gemacht da kommst du gar nicht so schnell ran schon nervig sowas kunststoff braucht bolzen bolzen ist so wichtig mangosamen braucht obwohl mangosamen nehme ich mit stein braucht kein mensch so gut dann ist dort drüben noch ein baum die federn scheiße ich will auch nehmen wende ich kann sogar nicht aufnehmen ja 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 erwischt was hast du den den und den heil kann ich nicht auf ich kenne dich oder unten ist eine höhle aber ich lehre mich vielleicht aus also das bett ja da können wir vielleicht mal die nacht schlafen das wäre vielleicht gar nicht mehr so schlafen scheiße unten noch bolzen und nagel drin und ein holz bräuchte ich noch hast du ein holz ja ja hab ich gott hier es liegt hier ne da da geht ja ähm so das rezept bringe ich gleich mal an eine gemüsesuppe na das habe ich ihm besser vorgestellt das ist fast ärgerlich ist hier schon wieder fast ärgerlich aber ok kann nicht mit leben so weil es hier nur fast ärgerlich ist so dann nochmal runter ins nass die frage ist jetzt wenn ich da in die höhle gehe kommt der da mit oh da ist ja auch noch was drin metaller sieh dann entferne ich den tisch mal natürlich mal schön irgendwo ran ähm war das jetzt hier alles oder was ernsthaft das war jetzt die geile höhle auf die ich mich gefreut habe boah anscheinend oh ne da geht es nicht weiter so ist ja nicht den halter sein ja warten 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 und zack warum kann man eigentlich die muscheln nur in 10er äh in 5er stacks das ist ja voll nervig ja weil es ja riesen muscheln warten 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 und zack oh ja ich glaube langsam ist echt raus mit dem hall ich kill ihn jetzt glaube ich auch einfach mal zack kann in der forschungstabelle erlernt werden ja aber eigentlich haben wir das alles schon erlernt oder empfänger stürmlampe und antenne brauchen wir ja nicht mehr ja kann man wegschmeißen oder die baupläne und hei ist tot nice den habe ich jetzt unter wasser richtig geil gekillt also doch also wenn man das bisschen raus hat ist der hai eigentlich überhaupt kein problem dann killt man den halt einfach mal schnell und dann hat man echt die ruhe ja das wäre ja gar nicht mal so blöd ne ja weil mit dem metallspirke ist echt gut muss ich sagen den zwei seetange hier nehmen und auf die holen oh bin ich weit weg auf gleich gecheckt hm guck mal hm ich sitze das glaube ich kurz da rein hm so hm hm dann kann ich den entfernen sven ich hab in傷 lälie ist das da... da hin da... 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 hin aber eisen finden wir jetzt zeit nicht mehr so viel muss ich sagen es geht hält sich sehr grenzen ich habe zwar zwei eisen dinge gefunden die sich für den arsch so drücken wir noch eins zack nageblanker nageblanker es ist echt die frage wie weit man da runter tauchen kann theoretisch ob es da unten irgendwas gäbe aber ich glaube ja fast nicht weil so tief kommt man ja drunter ne ich glaube es auch nicht ich bin da schon relativ tief mal getaucht aber echt ja vielleicht findet man ja noch ein u-boot oder so das wäre so hart eigentlich das wäre mal echt eine überraschung aber dann wenn du unten angekommen bist dann hast du eigentlich schon alles verloren also oh der high ist wieder da echt wo? ja da das geht aber fort naja ich bleibe jetzt noch was aber ich kriege den gleich noch oh bisschen früher drücken anscheinend das noch tun ich habe das scheiß sperren heute in der hand ich habe das scheiß sperren heute in der hand ich habe das scheiß sperren heute in der hand gut dann verhüllt man den halt zurzeit ja ganz ehrlich was für eine scheiße also kann man eigentlich ein bisschen fleischfarmen glück sagt ne ne ich schaff es nicht ich habe sie jetzt drei mal versucht und jetzt bin ich fast tot aber beim ersten mal habe ich es geschafft und gesagt es geht ja voll gut jetzt habe ich drei mal da irgendwie zu spät oder keine ahnung ich weiß es nicht eigentlich in dem moment wo es diesen mund aufmacht dann zu stechen das ist eigentlich das perfekte ich lichte mal so können wir mal weiter fahren oder wie schaut das da aus ja kann man machen ich vor einmal mache ich noch so da dann erstmal auch noch das ding einholen gut gras kann man das hier irgendwie ach da kann man das hier wahrscheinlich dann drauf pflanzen ja wir brauchen jetzt mal wieder eine größere insel weil jetzt habe ich auch ein netzfänger ja das wäre jetzt eigentlich ganz nice wenn du vielleicht wäre es ein tier und dann wolle und eine wolle haben dann können wir eigentlich haben wir eigentlich fast alles hervorstamm außer des bienen zeugs und dann aber es gibt doch noch die ganzen dampf generatoren und so irgendwie immer das gefühl dass da irgendwie noch was freigeschallt wird oder wird immer keine ahnung ich weiß es nicht keine ahnung die bäume wachsen schon schnell muss ich sagen also es geht echt flott während ernten kommst du her du kommst du und das war voll doof weil er die schilder muss jetzt brauchen was ist dort mein fäder stein das ist doch immer So, ähm, Seil hab ich nicht, dann hiern Schrott, ja, gut, nice. Der Rest ist eigentlich alles oben dann drin, hier rein, Ton kommt hier rein, Seil kommt hier rein, Kupfer kann man gleich schmelzen, Trittina kann man eigentlich auch gleich schmelzen, perfekter. So, jetzt muss ich kurz überlegen, was habe ich jetzt, äh, wo waren die Trophäen, wo ich wieder, äh, unten in der, äh, in der kleinen Kack-Truhe da. Ah, ok, ja. Ah, genau. Das ist kaum los. Nein, ich hör dich doch schon. Heißt du, und die Vogelscheuchel, die bringt einfach gar nichts. Das ist aber echt? Hm. Ist das eigentlich schon gewässert? Braucht Wasser? Ne, ist nicht gewässert. Ne, weil ich grad unten hab was geholt. Ach, da kommt ja mal wieder ein bisschen. Water me low. Ja, mach nochmal ein anderes Weg. Weg! Weg! Ah, verdammte Axt, echt. Ach, schon wieder was zu lernen. Hey, aber wir haben doch... Naja, genau. Aber ich... Ne, ich mein, bei mir was zu lernen. Oh, ja, ich brauch was zu essen. Oh, nein. Da mal ne Kartoffeln rein. Ah, ja, ich wollte mal schauen, wo die nächste Kurve ist. Ähm... Wie bewegen wir uns eigentlich so? In die Richtung. Yeah... Schmelzt da was? Ja, Eisenbahn. Ah, ist schon fertig. Ich tue schon das nächste... Oder tust du das nächste... Ich gucke von rechts rein. Ah ja, passt. Und tu was rein. Alter, wir müssen mal ein bisschen Wassermelonen essen und so. Ja, ich würde damit gern kochen. Ich wollte mir auch ne Angel craften und dann wollte ich mal ein bisschen Fische fangen und dann wollte ich mal ein bisschen kochen. Hab ich voll Bock drauf. Na ja. Ich muss jetzt richtige Mahlzeiten machen. So. Also Gemüsesuppe... Stimmt eigentlich, Gemüsesuppe könnten wir eigentlich schon mal machen. Hast du... Ja ne, da brauchst du Fisch zu, oder? Ne, Gemüsesuppe braucht man keinen Fisch. Wo sind die... Ach, die Schalen sind ja weg, ne? Ne, ne, die sind... Ich hab noch welche gemacht. Die sind in der gleichen Kiste wie das Obst. Ach, da unten. Ah, genau. Perfekt. So, wie ging das gleich wieder an? Also es hieß eigentlich viermal Kartoffeln oder viermal rote Rüben, ne? Das ist dann eine... Ne, ich weiß es nicht. blanke platzieren. Ähm. Beginne mit dem Kochen. Pupp, ppp, 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 ppp. Keine Ahnung, das Ganze machen wir uns in den roten Rüben dann. schrott bolzens seil drei schrott ein bolzen so ich brauche demnächst mal wieder eine axt glücks katze verrückt da ist ein kleines floh sollen wir da hinfahren sollen wir das kleine zeug mitnehmen ach so vielleicht finden wir rezepte oder so was noch mal so mal aushängen ich hab's verkackt pick up gemüsesuppe kannst gleich rechts rein tun also dort wieder rein wo das ganze zeug andere zeug ist also wo auch die hähnchenkeulen und so drin sind oder die ganzen krillen so irgendwo ist schon eine suppe drin glaube ich da kannst du mal da ist ein kompott drin bei den früchten und sowas ich bin schon da ich bin schon da ich bin schon da ich stand genau da das ist das erste mal das ist genau da angreift wo ich bin wir hätten können jetzt eigentlich mal ausdrücken zu schlafen ob wir da wirklich die nacht durch schlafen soll mal so kann man machen ja warte ich komme ich warte kommst du runter ja ja schauen wir mal ob dann die zeit vergeht oder nicht ok sind wir in der nähe vom floß noch das mal komplett abgetrieben da ist eine insel der fluss ist noch da ok man bleibt also an ort und stelle nur der tag wird halt zum tag ja aber das geile ist natürlich wieder dass wir extrem gegen den von jahren fahrt zur insel da links ja ich habe wieder hunger ich habe durch die was sagt eigentlich mal die antenne wegen große insel und so und äh ja wir sind irgendwie verdämmte wir müssen mal das für eine richtung entscheiden so da habe ich da auch noch ein stückchen getrunken na gut so kommen wir wenigstens inseln jetzt naja kommen wir schon näher war eigentlich eine dampfmaschine haben da braucht man auf dem wind nicht muss achten ich habe es gesehen in der menschreule ich möchte hoffen dass es auch wirklich so ist mal erforschen kann man sich also vielleicht braucht er vielleicht findet man das halt auf diesem grob hier speziellen baupläne und sowas auf das hoffe ich werde ne habe ich noch nicht oh Möwen holz 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 gib mir holz ach so du hast hast du die gemüsesuppe da mal gefunden dieses ja habe ich äh äh moment tötest ja ich mach dir mal platz so haus gleich auf den grill so warte ich muss erstmal die ganzen runden dinger noch schnell rein so äh ich habe hier was gefunden was ich jetzt nicht so genau weiß so what the heck was ist das ich muss mal gucken ob ich das erforschen kann ich glaube aber eher nicht eine kerzenflasche kann man das achso das kann man einfach oh wie schön ach wie hübsch kann ich sie auf den tisch stellen boah das wäre cool nö leider nicht naja du hast ja eigentlich auch noch gute fische gekauft äh gekauft äh gefungen Haiköter da braucht man äh haben wir nicht hier wo ist die Brasse lol wir hätten den Herring ah ja wie schaut es eigentlich mit Insel aus ah ja ok wieder bisschen wellig hier schau mich nicht so an hättest du das nicht gemacht Plastik da hin das ist doch unfucking fassbar mit diesem Wind oder das haben sie doch extra programmiert dass der ihn kurz vor der Insel wieder dreht kackt äh werden wir angegriffen naja ja das nervt ein bisschen weil ich glaube die wollen halt dass du da echt paddelst ne irgendwie sowas scheiße sei wie kein Kunststoff dabei scheiß drauf für was braucht man eigentlich diesen Eimer ich habe es immer noch nicht rausgefunden keine ahnung hm ok 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 hm nee jetzt holen wir nicht hier oben hin Ja, wir gehen echt weg, wieder von dieser Insel, ne? So, rein. Diese Baupläne weiß ich einfach nicht, ob wir die brauchen unbedingt, ne? Ja, sollte man nochmal Paddel herstellen oder wie schaut das da aus? Nee, ich, ich hätte ein Paddel, wenn es, wenn es sein wird. Ach, scheiß drauf, hier ist die Kokos, ne? Ich kann ja, lol, wo ist sie hin? Holy shit, die sind wir ja gar nicht mehr. Hm. Ach, scheiß drauf, wir fahren jetzt Richtung große Insel. Okay. Damit bin ich einverstanden. Ja, langsam. Drei Schrott. Eins, zwei, drei Schrott. Vier Seil. Drei, drei, vier. Und ein Scharnier. Ah, ein Ball. Okay, jetzt ist es dann da oben. Oh, wir sollten wieder auf die Zeit achten. Oh, verreckers. Boah. So. da kommt dann sonstiges rein schaufel moment warst du diese katze die habe ich mal geangelt das ist du bist einmal komplett aussortiert weil es da alles super gut dann ist einfach auf 1000 sachen ganz schön ganz ganz schlimm aber ich bin jetzt komplett leer bis auf einmal sand wo das los wohl ich hast du in der kunst und ich habe es noch mal ich habe versucht gegen heizukämpfen irgendwie treffe ich den nicht mehr keine ahnung einmal gut immer nur aber man kann schon wieder ernten kommt gar nicht mehr daher mit dem ganzen umgeernte ich lasse es einfach mal wörtlich ernte ist aber ja die folge 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 kommen wir her bevor ich jetzt weiter auszutieren bedanke ich mich fürs zuschauen und wir sehen uns in der nächsten folge tschüss